Sie hören »Das Ritual des Wassers« von Eva García Sainz, aus dem Spanischen von Alice Jakubeit, gelesen von Uwe Teschner, ein Hörbuch des Argon Verlags. »Meinen Kindern, weil ihr nie dort leben werdet, wo das Vergessen wohnt«, wurde leer. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht. Kevin Spacey als Wurbel, zitiert in »Die üblichen Verdächtigen«. Prolog Der Tunnel von San Adrian Donnerstag, 17. November 2016 »Ich bin seit August schwanger«, flüsterte Alba und sah mich erwartungsvoll an. »Sei den Fiestos de la Blanca, Unai.« Die intensiven Gefühle, die sie damit in mir weckte, werde ich nie vergessen. Das spontane Lächeln, das mir den November erhellte. Alba schwanger. Von mir. Ich rechnete es im Kopf aus. Vierzehn Wochen. Dieses Kind lebte bereits länger, als meine Zwillinge damals gelebt hatten. Vierzehn Wochen. Über das kritische erste Schwangerschaftsdrittel hinaus. Ein Sohn oder eine Tochter. Alba und ich wurden Eltern. Ich schloss die Augen und kostete diesen Moment, den glücklichsten seit Jahren, voll aus. Dann blickte ich aus dem Fenster in meinem Wohnzimmer. Draußen löste sich ein erstarrtes Vittoria ein Regen auf, sodass die weißen Erker auf der anderen Seite der Plata de la Virgen Blanca beinahe nicht mehr zu erkennen waren. Es war mir egal. Meine innere Wärme hätte ein ganzes Universum beheizen können. Aber als ich Alba wieder ins Gesicht sah, laß ich in ihrem Blick eine stumme Warnung, eine sich anbahnende schlechte Nachricht. Was? schrieb ich irritiert. Was ist los? Ich weiß, das ist eigentlich nicht der richtige Beginn für eine Beziehung, aber... Alba bremste meine Finger auf dem Display. Im Moment läßt sich noch nicht feststellen, ob das Kind von dir oder von ihm ist. Die Erwähnung ihres Ex-Mannes brachte mich mit einem Schlag in die Realität zurück. Er selbst war tot. Aber sein Samen lebte in Albas Bauch weiter. Für diejenigen, die meine Vorgeschichte nicht kennen, fasse ich kurz zusammen. Ich arbeite als Fallanalytiker bei der Kriminalpolizei Vittoria und heiße Unai Lopez de Ayala, aber praktisch alle Welt nennt mich Kraken. Seitdem mich der Serienmörder in meinem letzten Fall beinahe erledigt hätte, indem er mir eine Kugel in den Kopf jagte, hatte ich eine Broker-Aphasie und konnte noch immer nicht widersprechen. Nur wenn mir nichts anderes übrig blieb, stieß ich eine Art Krächzen aus. Aber dank einem Programm auf meinem Smartphone konnte ich mich ganz gut verständigen. Und genau das versuchte ich gerade mit meiner Chefin, der Subkommissarier Alba Diaz de Salvatierra, der Frau, die außerdem ... Nun ja, wie soll ich das erklären? Aber ausgerechnet in diesem Augenblick, der Unpassender nicht hätte sein können, erhielte ich eine WhatsApp-Nachricht von Estibaliz, meiner Kollegin, und verfluchte sie dafür. »Kraken, sorry für die Störung, aber die von der Kriminaltechnik untersuchen gerade einen Tatort am Tunnel von San Adrián. Subkommissarier Salvatierra hat ihr Handy ausgeschaltet. Ich möchte, dass du mitkommst. Es ist wichtig.« Ich bedeutete Alba, die Nachricht zu lesen. Wir wechselten einen besorgten Blick, dann holte sie hastig ihr Handy aus der Tasche und schaltete es ein. »Esti, tut mir leid, dass du einen Einsatz hast, aber ich bin krankgeschrieben. Die Subkommissarier ruft dich gleich an. Was ist passiert?« schrieb ich. Junge Frau mit einem Seil an den Füßen aufgehängt, möglicherweise tot durch Ertrinken. »Ertrinken? Oben in den Bergen?« fragte ich unwillkürlich. Ich glaube, der Profiler in mir schaltete sich ganz ohne mein Zutun ein, als er diese Ungereimtheit bemerkte. So ist es. Sie steckte bis zu den Schultern in einem Bronzekessel voller Wasserkraken. Ein Museumsstück, da wird man einen Experten hinzuziehen müssen, aber es scheint ein Kessel aus der Keltenzeit zu sein. Ein sehr seltsamer Tod, ein sehr ausgefeilter Tatort. Das ist kein x-beliebiger Mord. »Die Subkommissarier soll Richter Olano für mich bitten, dich als Sachverständigen bei der In-Augenschein-Nahme dabei sein zu lassen. Hoffentlich irre ich mich. Hoffentlich haben wir es nicht wieder mit einem Säenmörder zu tun, aber du bist der beste Profiler, den ich kenne, und falls sie mir den Fall zuteilen, brauche ich dich als Berater an meiner Seite.« Unwillkürlich stellte ich Mutmaßungen an, malte mir den Tatort aus und wünschte, ich könnte ihn mit eigenen Augen sehen.